Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Noch zwei Tage, dann steht das nächste Zwei-Digaspiel für unsere Mannschaft auf dem Programm gegen Hertha BSC. Und da gibt es aktuelle Personalsorgen bezogen auf die Position des rechten Verteidigers und des zentralen Mittelfeldspielers vor der Abwehr. Und da blicken wir heute mal auf die realistischen Alternativen für Brandon Soppy und Paul Seguin. Ansonsten gibt es auch eine Entscheidung der Stadt Gelsenkirchen, dass unser Verein erstmal nicht fallen gelassen wird bezüglich einer Millionen-Rückzahlung. Und dann gab es auch gestern ein sehr gutes Update zu Ben Manga. Wir wissen eben nun, woran der Deal eben auch noch hakt und was eben auch passiert, wenn er kommt. Welches Transferteam Schalke auch dann in eine bessere Zukunft führen soll. Das sind also heute unsere Themen auf Schalke Insight. Wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Legen wir uns erstmal los mit dem Blick auf den Trainingsplatz. Da gab es jetzt gestern nicht ganz so viele Neuigkeiten wie noch zuvor. Denn es war ja zu Wochenbeginn klar geworden, Brandon Soppy wird uns auf jeden Fall gegen Hertha BSC fehlen. Kenan Karaman wackelt und Paul Seguin fehlt auf jeden Fall gelb gesperrt. So viel, so klar. Aber natürlich ist deswegen auch umso mehr die Frage, wie werden vor allem eben auch dann Seguin und Soppy ersetzt. Denn Karel Gerrard hat ja in den vergangenen beiden guten Heimspielen gegen Paderborn und St. Pauli auf dieselbe Startelf vertraut. Und ich denke mal schon, dass er auch das ganz gerne am Sonntag getan hätte. Aber vor allem auch rechts hinten drückt nun der Schuh. Denn Brandon Soppy fehlt aufgrund von muskulären Problemen, wo auch noch gar nicht wirklich klar ist, wie lange er fehlt. Natürlich ist die Hoffnung groß, dass er direkt nach der Länderscheepause gegen Karlsruhe am Ostersonntag wieder mitspielen kann. Aber es ist eben noch nicht so wirklich klar. Und Brandon Soppy sollte natürlich auch vor allem dabei mithelfen, die Probleme auf der Position des rechten Verteidigers zu lösen. Nachdem ja da Karel Gerrard auch in der Hinrunde sehr viel ausprobiert hat. Und da gibt es natürlich jetzt gegen Hertha BSC zwei Möglichkeiten mit Cedric Brunner und Henning Matriciani. Steven van der Slaut ist auf jeden Fall keine Option, denn der spielt heute für unsere U23. War auch in der Vorbereitung auf das Hertha-Spiel diese Woche gar nicht im Training mit dabei. Also es wird sich zwischen Brunner und Matriciani entscheiden. Außer Karel Gerrards zündet auf einmal eine komplette Überraschungsidee her. Aber das ist laut der BATS auf jeden Fall nicht realistisch. Und was realistisch sein wird, dass es für unseren rechten Verteidiger auf jeden Fall ein sehr schweres Spiel wird. Denn man trifft eben dann auf unseren ehemaligen Spieler, auf Fabian Rehse, der eine absolute Top-Saison spielt bei Hertha BSC. Mit dem zum Beispiel auch Matriciani im Hinspiel schon Probleme gehabt hat. Und jetzt müssen eben Brunner oder Matriciani ran. Und laut der BATS ist auf jeden Fall Matriciani der Favorit. Er kam ja auch nach Soppys Auswechslung gegen Paderborn zum Einsatz. Er hat ja auch in der aktuellen Saison mehr gespielt als Cedric Brunner, der wegen kleineren Verletzungen, krankheitsbedingten Ausfällen nach Gelbsperre immer mal wieder zurückgeworfen wurde. Und für Brunner wiederum spricht aber natürlich laut der BATS, dass er deutlich mehr Erfahrung hat. Also es ist auf jeden Fall ein enges Rennen zwischen diesen beiden rechten Verteidigern. Henning Matriciani scheint aber der Favorit zu sein. Interessant, wenn es natürlich auch dann auf der Position von Paul Seguin, der ja unter Karel Gerrads auch immer wieder als Schlüsselspieler benannt wird. Klar, auch von Seguin hat man sich sicherlich in Summe nochmal deutlich mehr erhofft. Aber auch er ist natürlich jetzt ein klarer Verlust. Und da ist die Suche nach einem Ersatz nicht ganz so einfach. Denn nominell haben wir einen weiteren Sechser im Kader. Das ist Ron Schallenberg und dann wiederum könnte man ihn logischerweise vorziehen und in die Innenverteidigung zum Beispiel Kaminski, Baumgartel, Sissé oder Greimel neben Kallers stellen. Aber Schallenbergs Leistungen waren zuletzt zweimal in Folge wirklich sehr, sehr gut. Und vor allem hat er mit Thomas Kallersch ein passendes Innenverteidiger-Duo gebildet. Und laut der BATS ist auf jeden Fall klar, dass Karre Gerrads daran nichts ändern möchte. Und deswegen ist Schallenberg keine Option als Seguin-Ersatz. Und deswegen, auch vom Kicker gestern schon berichtet, wird deswegen Danny Latza ein Kandidat sein, der wohlmöglich sogar auch die besten Chancen hat. Er bringt zum einen ein durchaus ähnliches Profil mit wie Paul Seguin. In seiner Karriere hat er vor allem auch in Mainzer Zeiten diese Rolle perfekt ausgefüllt. Aber natürlich ist er von WG viel Spielpraxis weit entfernt. Aber auch die Alternativen sind halt da nicht zwingend da. Ja, Lino Tempelmann, der könnte laut der BATS auf jeden Fall auch noch in Frage kommen. Hat dabei eher Außenseiterchancen, weil er zuletzt gar nicht mehr gespielt hat. Plus auch nochmal ein Ticken offensiver ist. Und natürlich gilt sowas auch für Idrissi oder Oedraogo. Die wiederum und vor allem auch Oedraogo könnten möglichseitend sein, Kenan Karaman zu ersetzen. Also Oedraogo könnte tatsächlich sogar direkt wieder in der Startelf stehen. Denn auch Karaman ist ja aufgrund von muskulärer Probleme noch fraglich. Also es wird auf jeden Fall echt interessant, welche Entscheidungen Karel Gerrads hier treffen wird. Aktuell sieht es eben danach aus, dass Matriciani und Latza Soppi und dann eben auch Seguin ersetzen werden. Und natürlich blicken wir voraus auf das Spiel gegen Hertha BSC. Heute ist ja auch noch die Pressekonferenz mit Karel Gerrads. Es wird auch noch auf Schalke Inside Clips die ausführliche Vorschau geben mit meiner persönlichen Aufstellung. Aber es gibt schon jetzt ein paar interessante News, die ich euch hier auf jeden Fall mitbringen wollte. Vor allem für diejenigen, die am Sonntag in Berlin mit dabei sind. Denn für unsere Mannschaft geht es ja dann ins Olympiastadion. Und tausende von Schalker sind auf jeden Fall mit dabei. Denn Schalke hat von Hertha BSC über 11.500 Tickets erhalten für den offiziellen Gästeblock, der damit etwas größer ist als in den vorherigen Spielen. Und dieser Gästeblock erstreckt sich in der Westkurve vom Marathon-Tor über die Blöcke E4, G, H, J und K. Im Unterrang die Blöcke dann und im Oberrang die Blöcke 15 bis 20. Also es wird wirklich ein großer Gästeblock sein. Und das erfolgt aber ausschließlich auch nur über den Einlass an der linken Seite des Süd-Tors am Kubertienplatz. Da ist auch dann eine Sektorentrennung eingerichtet. Also wer dort vor Ort ist, seid auf jeden Fall frühzeitig da, man hat immer wieder, dass das in Berlin auch teilweise echt lange dauert. Und deswegen kann auch das Stadion aufgrund der Sektorentrennung nicht umlaufen werden. Ganz interessant ist natürlich aber auch, dass, und das deckt sich auch mit allen Informationen, die es so gibt, auch deutlich mehr Schalke als diese 11.500 vor Ort sein werden. Denn es dürften ziemlich viele sich auch noch in Berlin selber einen Online-Shop mit Tickets eingedeckt haben. Es gibt ja immer noch auch welche zu kaufen. Noch ich habe selber zugeschlagen bei Hertha BSC, Sitz in der Nähe vom Gästeblock. Und wer das auch getan hat, sollte auf jeden Fall Schalkes Informationen mitkriegen, da Schalke selber auch gestern bekannt gegeben hat, dass außerhalb des Gästeblockes das Tragen von Gäste-Fankleidung strikt untersagt ist. Es gibt zwar ja Taner, die sagen, dass das vielleicht nicht immer ganz so hart kontrolliert wird, wie es sich vielleicht erstmal anhört, aber diese Info gibt es von Schalke. Ich persönlich finde sowas immer relativ albern, vor allen Dingen auch wenn am Ende 15.000 bis 20.000 Schalke im Stadion sind, dann ist es egal, ob sie ein Trikot anhaben oder nicht, man wird sie merken, man wird sie hören. Und deswegen finde ich es eh erstmal lachhaft. Wir hatten ja ein solches Thema, zum Beispiel vor einem Jahr, als wir gegen Bochum gespielt haben. Selbst gegen den BVB wird vielleicht sowas nicht empfohlen, aber es ist sowas auf jeden Fall nicht strikt untersagt. Und trotzdem ist das auf jeden Fall eine Info, die ich euch mitgeben wollte. Ich habe es ja selber in Kiel erlebt, da gab es eine solche Info nicht. Und alle Schalker mussten sich vor der Tribüne, wo ich auch war, die Schalke Sachen ausziehen, die Schalts abgeben. Hat man nachher alles wiederbekommen, war trotzdem natürlich ärgerlich. Und deswegen auf jeden Fall hier nochmal die Info. Es gibt diese Information, dass Fankleidung außerhalb vom Gästeblock nicht erlaubt ist. Und damit blicken wir jetzt mal auf die etwas größeren Themen, abseits vom sportlichen Wasserspiel gegen Hertha BSC angeht. Und da hatten wir ja vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass es eine wichtige Entscheidung am gestrigen Donnerstag geben wird, von der Stadt Gelsenkirchen und den Stadtwerken über die Zukunft vom Verein. Das war ein Thema, was die WATS sehr groß und breit aufgefächert hat. Und gestern, am 14. März, ist eben dann die Entscheidung darüber getroffen. Denn die Mitglieder des Hauptausschusses stimmten in einem nicht öffentlichen Teil der Sitzung dafür, das Geld, das die Stadt Gelsenkirchen und auch die Stadtwerke in unseren Verein investiert haben, nicht zurück zu verlangen. Bei diesem Thema war ja auch Eile gefragt. Denn heute, am 15. März, muss dann Schalke oder besser gesagt Christina Rülhamers auch endgültig die Unterlagen zur beantragenden neuen Lizenz für die kommende Spielzeit eingereicht haben. Das ist auch schon passiert für Liga 2 und für Liga 3. Aber genau dafür war eben die Entscheidung von den Kommunalpolitikern gestern auf jeden Fall unglaublich wichtig. Denn insgesamt geht es ja hier um etwa 35 Millionen Euro, die Stadtwerke und Stadt in unterschiedlicher Form in den Verein gesteckt haben. Die Stadtwerke zum Beispiel sind mit insgesamt 15 Millionen Euro an der Findings Arena, beziehungsweise der für Arena zuständigen Stadiongesellschaft beteiligt. Außerdem haben die Stadtwerke dem Verein Schalke und der Stadiongesellschaft ein Darlehen in Höhe von 11 Millionen Euro gewährt. Und die Stadt Gelsenkirchen hat im Rahmen einer stillen Beteiligung insgesamt 10 Millionen Euro in die Stadiongesellschaft investiert. Und die Stadtwerke konnten ja in diesem Jahr zum 31. Dezember dann eben auch ihre 10 Millionen Euro zurückfordern. Jetzt wurde eben beschlossen diese Option auf den 30. Juni 2029 zu verschieben. Und zum anderen hat man eben auch von der Kündigungsmöglichkeit zum Ende des Jahres keinen Gebrauch gemacht als Stadt. Und deswegen bleibt eben alles beim Alten. Und somit ist das auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass das Schalke-Aus vorerst abgewendet worden ist. So war eben jetzt auch die Formulierung in den Medien. Und es ist halt auch wirklich so. Das war ein wichtiges Thema, dass Schalke da hier auf jeden Fall auch jetzt einen Haken dran machen kann. Und jetzt geht es eben darum, dass natürlich wir auch rein sportlich so erfolgreich sind, dass wir mal mindestens in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen, damit es unserem Klub auch dann bald besser gehen wird. Natürlich ist es auch für die Stadt unglaublich wichtig, dass unser Verein nicht insolvent geht. Denn das hätte es dann möglicherweise bedeutet, wenn wir abgestiegen wären oder auch an Top eben dann, wir 30 Millionen 35 Minuten zurückzahlen müssen. Also das sind auf jeden Fall wirklich gute Nachrichten. Gute Nachrichten gab es gestern somit also nicht nur von Stadt und Stadtwerke, sondern auch bezüglich der Personalie Ben Manga. Denn es ist ja mittlerweile etwas länger als eine Woche her, dass André Echelmann und Schalke getrennte Wege gegangen sind. Das klar war, es wird ein Nachfolger gesucht und Ben Manga wurde ja direkt auch als Favorit gehandelt. Und jetzt gibt es natürlich immer noch natürlich die Information, dass Ben Manga noch nicht offiziell neuer technischer Direktor bei Schalke ist, aber es geht zumindest voran. Trotzdem gibt es auch ein paar Sachen, warum der Manga-Deal aktuell noch hakt. Denn nach Bildinformationen schwankt Manga aktuell noch zwischen der Chance, eine Aufstiegsmannschaft mit nachhaltigem Bundessiegerniveau zu bauen, aber eben auch dem Risiko, als Nächster auf Schalke zu scheitern. Finde ich, sind normale Gedankengänge, die ich mir auch gut vorstellen kann. Denn natürlich haben wir einen Kader, der komplett umgebaut werden muss. Wenig Geld plus natürlich auch grundsätzlich auf Schalke immer wieder Verantwortliche, die relativ früh dann auch zu viel Erfolg wollten oder zu übertrieben agiert haben. Und natürlich muss sich, und das finde ich auch vollkommen verständlich, Manga dafür auch die nötige Zeit nehmen. Interessant ist aber auch, dass Ben Manga laut der Bild-Zeitung mittlerweile ein nahezu unterschriftsreifer Schalke-Vertrag vorliegt, aber eben auch weitere Angebote hat von Vereinen, wo Manga mutmaßlich mehr Ruhe hätte und vielleicht auch die Aufgabe etwas einfacher wäre, wenn man das so sagen möchte. Zudem läuft sein Vertrag in Watford wohlmöglich noch weiterhin. Er musste dort am 12. Oktober gehen und dieser Vertrag ist laut der Bild-Zeitung offenbar noch nicht aufgelöst. Sprich, auch da müssten es noch Gespräche geben. Das wäre rein formalitätsmäßig nötig, wird aber sicherlich möglich sein. Und trotzdem ist es eben etwas, wo es noch ein paar Haken gibt und was man eben auch dann noch hinkriegen sollte. Aber was auch klar ist, und auch das hat Sky gestern nochmal betont, Schalke hat einen großen Schritt auf Ben Manga zugemacht und in den vergangenen Tagen gab es eben da noch ein paar Sachen zu klären. Zum einen wollte eben Manga auch wissen, dass seine Entscheidungen auch durchaus eine Wucht haben. Also er will ganz klar auch mitentscheiden können. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist für ihn, er möchte eben auch sein Netzwerk mitbringen. Von drei bis fünf eigenen Scouts ist laut Sky hier auf jeden Fall dann die Rede und das Geile ist eben auch logischerweise zu diskutieren. Schalke hat aber auch eingesehen, dass er dieses Netzwerk benötigt, um vernünftig arbeiten zu können. Und damit wird im Sommer die Scouting-Abteilung nochmal groß umgebaut. Aber klar ist mittlerweile auch, das wird nicht die einzige Abteilung sein, wo es personelle Veränderungen gibt. Also auf Schalke passiert auf jeden Fall einiges. Ben Manga ist aber eben auch, und das deckt sich somit mit den Informationen der Bild-Zeitung, heiß begehrt in der Bundesliga. Ein weiterer Bundesligist hat laut Sky auch schon Gespräche mit ihm geführt. Möchte ihn noch sehr, sehr gerne haben. Aber für Ben Manga ist Schalke tatsächlich Priorität Nummer 1. Und deswegen dürfte laut Sky eine Einigung kurz bevorstehen. Ich denke mal, dass vor dem Hertha-Spiel diesbezüglich offiziell gesehen nichts mehr passieren wird. Ich denke mal, wenn Ben Manga zu uns kommen wird, dann wird man das Anfang der nächsten Woche kommunizieren. Ich schätze schon, dass es bis dahin auch eine Entscheidung gibt. Entweder platzt der Deal noch, wonach es wie gesagt nicht aussieht, aber was natürlich immer passieren kann oder, und das ist meine Wahrnehmung, Ben Manga wird Anfang kommender Woche dann auch seine Arbeit auf Schalke aufnehmen. Und dann wird es natürlich auch interessant, wie unser Transfer-Team der Zukunft aussieht. Denn auch die Watz hat gestern nochmal gemeldet, dass es auf jeden Fall gut aussieht bei Ben Manga und auch nochmal den Bericht von Sky bestätigt, dass er eben dann doch schon ein paar Vertraute mitbringen will. Von drei bis fünf Scouts war ja eben da die Rede. Und das ist eben auch so ein Punkt, was Ben Manga wirklich auch dringend haben möchte. Seine Lieblings-Scouts um sich herum haben. Und da sind vor allem auch zwei Namen aus seinem Netzwerk bekannt, mit denen er bereits in Frankfurt zusammenarbeiten konnte und eben auch dann mit nach Watford genommen hat, wo sie gemeinsam aber auch dann mit Manga rausgeworfen worden sind. Da wäre zum einen Helena Costa, die wiederum war dort Chef-Scout in Watford, bei Frankfurt war sie Scout, und auch grundsätzlich ist sie Mangas Assistentin, Rafael Tonello, der ist zuständig für das Scouting der Akademie. Und bei Amtsantritt in Watford hat Manga Folgendes über die beiden gesagt. Sie werden sehr, sehr wichtig sein. Und die Tatsache, dass ich sie nach Watford mitnehmen konnte, war mir sehr wichtig, da der Erfolg, den wir in der Vergangenheit hatten, mit meinem Team zusammenhängt, nicht nur mit mir. Und somit kann man sich auf jeden Fall auch sicher sein, dass Manga vor allem auch diese beiden mit dabei haben möchte auf Schalke. Helena Costa stammt aus Portugal, ist 45 Jahre alt und hat eben, wie gesagt, mit Manga schon in Frankfurt und Watford zusammengearbeitet. Zuvor war sie bei Celtic Glasgow und da vor allem Frauenfußball aktiv. Rafael Tonello ist Italiener, stammt aber aus Mühlheim an der Ruhr, was sicherlich auch dann für ihn ganz interessant sein könnte. Und hat in seiner Karriere unter anderem für Düsseldorf, Siegen, Uerdingen, aber auch Frankfurt 2 gespielt. Also auch da ist dann diese gewisse Verbindung da. Und deswegen will Manga auch diese beiden mal mindestens sehr, sehr gerne mit auf Schalke haben. Interessant wird es natürlich dann, wie es mit unserem aktuellen Chef-Scout Christoph Kresse weitergeht, der erst seit November bei uns auf Schalke ist. Wir hatten ja bereits darüber diskutiert, dass auch er kritisch gesehen werden könnte, wenn eben dann Manga sein eigenes Team mitbringt. Auch wenn natürlich aktuell gesagt wurde, dass Kresse erstmal eine größere Rolle bekommt. Kurzfristig gesehen bedingt durch das Ende von Hechelmann. Aber es ist eben so, dass Ben Manga ein funktionierendes Team hat. Das möchte er mitbringen. Und da ist eben dann natürlich auch klar, auch darüber wurde in diesen Gesprächen diskutiert. Auch deswegen hat das alles insgesamt schon etwas gedauert, weil man eben erstmal analysieren musste, können die aktuellen Mitarbeiter, wie Christoph Kresse eingebunden werden, oder eben nicht. Und wenn natürlich Manga mit seinen Scouts dann auf Schalke anheuern sollte, dann müssten auch die sich logischerweise mit Sportdirektor Mark Wilmotz abstimmen. Auch das ist nochmal ein wichtiges Thema, denn Wilmotz hat natürlich eigene Kontakte, eigene Ideen, ist sehr durchsetzungsstark. Und auch das war eben ein Knackpunkt. Manga wollte, wie angerissen, auch klarstellen, dass eben seine Entscheidungen Gewicht haben und deswegen auf jeden Fall auch dann dahingehend wichtig sein sollen. Und auch wenn natürlich dann die Direktoren, Sportdirektor, Technischer Direktor, rein hierarchiemäßig und organigrammäßig auf derselben Ebene sind, darf man natürlich auch sich nichts vormachen und sagen, Wilmotz ist der Boss und Manga muss sich dem irgendwo unterordnen, will aber natürlich trotzdem auch Entscheidungen treffen dürfen. Und genau um diese ganzen Themen wurde eben gesprochen und trotzdem finde ich es sehr, sehr gut, dass wir ein solches Transferteam der Zukunft bekommen könnten, wenn Ben Manga unterschreibt. Also ich bin der Meinung, man sollte ihm auf jeden Fall solche Zugeständnisse geben, dass er zwei, drei, vier, fünf Vertraute mitholt, denn auch das ist einfach wichtig für seine Arbeit. Ben Manga ist einfach im Scouting unglaublich gut aufgestellt. Das liegt eben auch einfach daran, dass er mehrere Vertraute hat, die über die Länder verstreut sind, die junge Leute suchen und dadurch könnte sich eben auch unsere Transferstrategie nachhaltig verändern, dass endlich mal wieder mehr Wert darauf gelegt wird, junge Talente auch tatsächlich zu holen und das nicht immer nur jeden Sommer vorher anzukündigen. Und deswegen ist eben jetzt klar, es gibt kleinere Problemchen, das hat auch die Watts nochmal betont, aber keine unlösbaren und deswegen scheint Mangas Unterschrift weiter nur noch eine Formsache zu sein. Und wenn es klappt, ist zumindest das Fazit der Watts, wäre eine Doppelspitze aus Wilmots und Manga, Chance und Risiko zugleich und doch ja, ich finde, da kann man auch dann abschließend durchaus mitgehen. Somit sind das also unsere heutigen S04 News und doch heute gibt es natürlich wieder die Frage des Tages an euch. Würdet ihr, ähnlich wie ich es sehe, wenn Manga ein eigenes Netzwerk, ja sozusagen zugestatten, sollte er sein eigenes Netzwerk mitbringen dürfen, seine eigenen Leute mitbringen dürfen, auch wenn das möglicherweise bedeutet, dass eben dann 3, 4, 5 neue kommen und vielleicht dann auch der eine oder andere wie Christoph Kresse wieder gehen könnte. Ist natürlich rein spekulativ, aber dazu könnt ihr natürlich mal gerne die Meinung in die Kommentare schreiben, sowie auch zu den anderen Themen im heutigen Video. Dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.